Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Terminator Resistance hier bei Heisenberg Zorg. Natürlich wieder mit dem Kollegen Harry. Hallo zusammen. Und ja, wir sind leider schon wieder irgendwie fünf Minuten weiter, als wir waren, als wir aufgehört haben. Ist eine neue Session, gab technische Probleme, es hat irgendwie die Stimme zweimal aufgenommen und so weiter. Aber viel verpasst habt ihr nicht. Im Prinzip ein Kampf gegen irgendwie so eine Spinne. Dann mit diesem Audio-Gerät haben wir noch irgendwie ein paar von diesen Silberfischchen erledigt. Genau, und wir haben ein Hacking-Gerät gefunden, mit dem können wir jetzt gewisse Türen öffnen oder irgendwelche Terminals hacken. Und wir hatten noch das Frogger-Spielchen. Genau, damit haben wir die Tür hier geöffnet. Das werdet ihr auch noch sehen. Kommt bestimmt noch mal. Genau, damit haben wir die Türe geöffnet. Hat ein bisschen gebraucht, bis wir es hatten, muss man zugeben. Aber es gelang dann doch noch. Äh, Suche. Ah, hier haben wir noch Sachen drin. Okay, die nehmen wir natürlich mit. Das haben wir zerberstet. Und jetzt haben wir hier hinten irgendwie, ja. Infrarot. Da würde ich mal sagen. Ja, das ist so ein Teil. Wurde uns nicht geraten, wir sollen irgendwie die Teile hacken. Wie geht das? Das hieß es mal, zumindest. Inventorio. Was haben wir denn geladen? Wir haben hier die geladen. Ja, das ist soweit ganz okay. Was ist das hier? Sprengstoffmaterial. Ne, das war aber zum Basteln. Die Kanaren haben wir. Fertigkeiten können wir, glaube ich, noch mal was machen. Sehe ich das richtig? Ja, ich denke, beim Hacking können wir da noch mal was machen. Hacking, das wäre hier. Okay, aktivieren wir. Natürlich, gerne. Dann haben wir noch mal einen Punkt. Äh, überleben. Rucksack, Härte, schneller lernen. Härte wäre, glaube ich, nicht schlecht. Schaden um 10% verringert. Äh, das mit den Waffen hatten wir doch auch noch irgendwo. Mit den Waffen. Waffen 10% drauf oder so. Ja, die haben aber die erste Stufe schon gemacht. Ja, okay, dann machen wir da mal die erste Stufe. Ja, das ist das Problem. Dann haben wir hier alle, noch haben wir bei überleben noch nichts. Also ich würde das, äh, parallel, wenn es irgendwie geht, entwickeln. Ist immer so eine Frage, was wichtiger ist. Ja. Ja, wahrscheinlich hat alles, äh, so eine gewisse Wichtigkeit, denke ich. Okay, und jetzt sind wir hier bei 0. Das heißt, wir können wieder rausgehen. Aber das erklärt natürlich nicht, wie man die Teile hackt. Vielleicht irgendwie... Das ist richtig. ...in die Nähe und hinten ran, oder... Irgend so was würde ich auch vermuten. Kollege schreit da immer noch. Ja, da wird irgendeiner gequält. Das ist ein Elend. Da haben wir eine Spine. Halt doch, willkommen. Einen von diesen Kanonen, zwei von diesen Kanonentürmen. Oh. Ich versuche mal irgendwie hinten ran zu kommen. Aber das muss ich natürlich machen, wenn es nicht gerade auf uns guckt. Ich würde mal die Nightwischen da wieder rausnehmen. Okay, Gastron, ich kann... Kann ich irgendwas machen hier? Also ich hacken jetzt. Hacken, sehr einfach. Ah, nö. Nicht schon wieder Frogger. Ja, da sind wir wieder bei Frogger. Muss ich, Frogger? Äh... Na dann fröschel mal hier dich durch. Ja, sehr schön. Sehr gut. Wir sind auf der Mittellinie. Das heisst, da wären wir schon mal gespeichert. Schade. Das schaffen wir. Okay. Sehr schön. Gut. Jetzt haben wir das Teil aber, glaube ich, sogar auf unserer Seite. Das würde ich doch halten. Ja, genau. Siehst du? Ja, dann schiess mal los. Das schiess nämlich jetzt auf die anderen Teile. Ach, ist das schön. Ja, wunderbar. Ach, ist das ein schönes Spiel. Erledigt die Arbeit für uns. So haben wir es gern. Aber haben wir nicht noch weitere gehabt? Ich dachte, ja. Ah, das macht Spass. Das ist halt alleine schon dieses Hacken ist schon einfach wieder cool. Hat er jetzt alles erledigt, was da so rumgefleucht ist? Ich glaube, ja. Na dann. Kann ich hier nicht. Aber dann kann ich nicht looten, wenn die Teile von dem Teil... Ja, aber zumindest eine Spinne ist doch dann rumgebrochen. Man muss raufklettern. Guck mal, das ist anhänglich. Ja, ja, okay. Einmal besteigen und schon geht's. Oh, da hinten. Ach, hä? Das ist jetzt auch auf unserer Seite. Ist das das, was wir gehackt haben? Nein. Echt jetzt? Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind alle auf unserer Seite. Das ist ja schön. Da muss ich aber in die Richtung. Dann wäre es ein bisschen langweilig. Ach. Irgendwann. Ja, stimmt. Die Spinne war irgendwo noch. Da hinten ist nochmal so ein Teil. Da ist nochmal ein Teil. Und irgendwo holen wir es Trampeln. Also irgendwas trampelt da tatsächlich noch in der Gegend rum. Und es kommt näher. Das geht leider nicht. Schade. Wäre eine Idee gewesen. Mhm. Weil wir haben ja das Nachtsichtgerät. V drücken, dann haben wir das Teil. Ach, aber bis hierhin kann ich. Das ist schon mal kein Problem. Ja, da vorne, ja. Wozu angezeigt. Ja. Das ist die Frage, wie kommen wir da dahinter? Wahrscheinlich mit Rennen, weil das dreht sich relativ schnell. Das schwenkt schnell, richtig. Hier kann ich nicht durchgucken, so wie es aussieht. Da ist das andere. Okay, das sieht uns auch nicht, oder? Ja, das linke Teil wohl näher. Ja. Ja, ich muss nochmal einmal warten. Ja. Mal ein bisschen wegdrehen. Wegdreht. Und noch nicht jetzt. Ja, das war ein bisschen zu. Geht so schnell. Kann ich nicht, ich kann nicht. Okay, so geht es nicht. Ich wollte halt aufstehen, weil ich kriege ich ihn natürlich zu langsam bin. Das ist das Problem. Ja. Wo starten wir denn jetzt? Aber nicht nochmal ganz vorne, hoffe ich. Na, wieder bei der Tür nehme ich an. Meinst du? Ja, ich führte. Oder? Guck mal. Tatsächlich, okay, da wissen wir jetzt, wie es geht. Ja. Okay, da muss man ein bisschen aufpassen, sonst machen wir das zehnmal. Das ist natürlich auch nicht die Idee des Ganzen. Kollege geht es immer noch nicht besser. Ja, nee, definitiv nicht. Da müssen wir nach rechts gehen, ja. Ich bin eigentlich hier lang gegangen, genau. Aber eigentlich kann man hier auch ohne Nachsicht, also was geht eigentlich auch. Los geht's, die Schose. Genau. Achso, jetzt muss ich den echt auch nochmal machen. Naja. Ich war doch bei Frogger immer. Ah, ich war doch bei Frogger immer so gut. Aber hier, es geht so. Doch, doch. Ich finde das ziemlich gut. Okay, den haben wir. Dann mal fröhliches Schiessen wünsche ich dir. Nicht, dass er den Kampf verliert. Das wäre schade. Ich versuche das Teil noch ein bisschen abzudenken. Ja, jetzt ging's kaputt. War hier noch was zum Looten? Ja, das Teil selber. Was ist denn hier noch? Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Nee, nee. Das ist eine andere Möglichkeit, da lang zu kommen. Okay, ich muss den Kollegen noch looten. Ja, genau. Nicht, dass er umsonst gestorben ist. Das wäre ja traurig. Diesmal wird's sogar klappen, ohne raufzuspringen. So, und jetzt hier. Das muss ich halt tatsächlich... Das Problem ist, dass ich hier unten bin. Ich habe kein Tempo. Ich kann nicht ducken, trennen. Und das war halt meine Idee, dass ich aufstehe und dann... Nee, das geht nicht. Da sind die alle. Nee, nee, aber da hinten hast du noch so ein... Ja. ...Getautteil. Vielleicht kannst du dich da verstecken. Ja. Das geht ja eh wieder weg. Oh, oh, nee, es geht nicht weg. Oh, okay. Vergisst du uns wieder, oder gehst du mir jetzt auf den Keks? Nee, bleib mal da hinten. Andere Seite zurück, zurück. Vergiss es. Ich müsste da rankommen, dann würde das Ding wahrscheinlich auch hier irgendwie draufschießen. Ja, genau. Stopp, stopp. Ich müsste irgendwie in das Geschütz kommen, weil das tut uns im Moment halt nichts. Blöde, blöde. Ja, ja, ja. Hacken. So, und während wir hacken, haben wir nämlich Ruhe. Okay, das war jetzt nicht ohne. Nee. Äh. Hua. Gut, genau. Und rüber, rüber. Das klappt ja immer besser. Jetzt schieß bitte auf das Teil dort. Oh, irgendwas trifft mich. So, wir halten uns da mal raus. Ja, das ist relativ fit, das Ding. Guck mal. Oh, der lebt noch. Das wäre auch mal noch zur Unterstützung. Wir helfen dem mal. Genau. Jetzt. Danke, Kollege. Wunderbar. Äh. Noch mal heilen. Das können wir uns nicht machen. So, so ist es relativ easy. Aber wenn man natürlich das tatsächlich alles alleine erledigen muss, dann Halleluja. Äh. Loot, loot, loot. Any loot hier? Nö. So, vielleicht hier. Den anderen Turm vielleicht noch. Ja. Dankeschön. 25 Meter, die werden wir auch noch schaffen. Na, das hoffe ich doch. Das ist aber wieder irgendwie so was Infrarot-mässiges. Mit der Leichensäcke. Ohlala. Tatsächlich. Ja. Bereits offen, ist das ein gutes Zeichen oder nicht, verrät dir gleich das Licht. Geht doch mal noch mal in Deckung. Ich möchte mal noch... Generell eine gute Idee, glaube ich, hier. ...die Knarre wechseln. Da haben wir wieder Zeugs. Liebe Maria. Aha. Das könnte mein letzter Brief an dich sein. Die Maschinen haben bis zuletzt versucht, uns am Leben zu erhalten. Sie haben uns wie Versuchsobjekte behandelt. Wir waren wertvoll für sie. Zuletzt haben sie aber ganze Käfige ausgelöscht. Ich weiss zwar nicht warum, doch es scheint, als hätten wir keinen Nutzen mehr für sie. Als ob sie gefunden hätten, wonach sie gesucht haben. Und jetzt? Sie kommen. Äh, und wir sind auch hier. Das ist schlecht. Erstmal gucken, wo hier was ist. Mhm. Hier ist nix. Kann ich hier noch was machen? Hier standen wir auf der anderen Seite hier vorhin. Hier komme ich aber irgendwie nicht durch. Nee. Aber das muss doch irgendwie gehen. Ich werde mich jetzt hier nicht allzu lang aufhalten. Aber irgendwie möchte ich doch noch gucken. Was möchtest du denn? Dass wir das hier deaktivieren können. Wozu denn? Damit ich da reinkomme. Da warst du vorhin. Ich weiss aber von der falschen, also ich meine, ja ist egal. Ziemlich. Halt. Achso, ne, Tür schliessen müssen wir nicht. Rechts, da warst du noch nicht. Zurück. Hier geht's rauf. Erstmal orientieren. Ah, okay. Kann es denn sein, dass hier tatsächlich überhaupt nichts drin ist? Das ist ein bisschen. Wofür haben sie denn den Raum programmiert? Das kann ja wohl nicht sein. Ich höre ihn wieder. Ja, ja. Das geht ihm noch nicht besser. Da, wahrscheinlich hätte man eben unten üben können, wie man das deaktiviert. Naja, dann mach's hier. Immerhin Spiel gespeichert. Das ist doch schon mal was. Nee, muss ich nicht. Ich kann hier lang. Oh, oh. Aha. Der Terminator. Oh, der zieht irgendjemanden hinter sich her. Echt? Oh, tatsächlich. Äh, eher unschön, okay. Da hab ich dann auch gleich die Musik wieder anzieht. Ja. Macht dann ja fast schon wieder leicht nervös. Äh. Ist das Kollege Schrei? Termi ist weg. Die anderen müssen hier auch sein. Ich kann aber nix machen. Aufstehen? Puh. Nee, da kann ich nix machen. Nee, der schreit auch nicht mehr, glaube ich. Nee, der hat ausgeschrien, sozusagen. Da ging auch der Terminator lang. Da ist er schon wieder. Oh, oh. Vielleicht da rein. Ja, genau. Da waren wir noch nicht. Einmal verstecken hinter den... Alien Isolation. Ja, schon wirklich. Also, die Ähnlichkeit ist durchaus gegeben. Heilige Schrie. Natürlich einfach. Ich nehme mir mal an, während wir hier operieren, dass uns... Das wäre wünschenswert. Ja, aber... Ja, aber... So, dazwischen. Ja, jetzt hat es geklappt. Oh, puh. Schön viele Medikits. Sauber. Ist das ein gutes Zeichen oder nicht? Äh, wahrscheinlich einerseits ja, andererseits nein. Wahrscheinlich werden, wo sie benötigen. Die Antwort hilft. Aber den kann ich ja nicht killen. Naja, wenn er jetzt rechts ist und sich da umsieht, könnten wir vielleicht... Oh, beim nächsten Mal links dran vorbei. Ja, dann muss ich aber warten, bis er wieder kommt. Ja. Oh, der kommt hier rein. Die Tür schliessen wäre vielleicht was. Ist das nicht so auffällig? Oh Gott, oh Gott. Ähm. Geht doch wieder Terminator. Das ist doch völlig langweilig. Da, aber geht. Ist das denn hier oder? Ne, ne, der geht. Der hat so einen leichten Schleifgang. Ja, er wird doch seine Schritte nicht imitieren, wie er so weg geht und dann hinter der Tür warten. Ja, da hinten ist er. Jetzt aber Speed. Ne. Doch, doch. Hier ist er nicht. Aber ich weiss nicht, wo er ist. Deswegen kann ich... Doch, er war hinten bei dem Typen da im Stuhl. Ah, echt? Ja, ich habe ihn gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Da haben wir... Oh, ne, da ist er doch. Da ist noch einer. Hä, sind das mehrere? Echte? Offensichtlich. Also, glaube ich, ich habe etwas Rotes da hinten gesehen. Ja, da ist er. Den habe ich gemeint. Ja, man kann sie halt... Ich glaube, man kann sie tatsächlich nicht. Also, im Sinne von... Geht es, glaube ich, nicht. Äh, also töten. Ja, nein. Die Teile. Aber es sah cool aus. Ja, kurzzeitig, absolut. Ich fühle mich gerade zu Hause. Aber, ähm, ja. Das geht dann im Prinzip nur mit Schleichen. Sehe ich das richtig? Ja, im richtigen Moment am richtigen Ort sein und warten, bis die mit ihrer Patrouille durch sind. Oh, ja. Jetzt kommt er in unsere Richtung, das heißt, wieder hier in den Raum rein. Nicht in den, in den kommt er doch. Ach, äh, echt jetzt? Ja, da links. Zum Glück sind wir so Flux. Ah, halt, hier hatten wir noch Sachen. Ja, genau. Nein, muss ich das nochmal öffnen. Echt jetzt. So ging es nicht. Ja, irgendwo da war es so. Ja, das ist doch jedes Mal anders. Oh, das ändert sich. Cool. Prozedural generiert nennt sich sowas. Aha. Ah, Medipacks haben wir. Scheiße. Meine Pumpe, echt jetzt? Aber warum denn? Hat er gehört, wie ich da gesammelt hab? Ja, irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hast du so lange am Schlauß gemacht. Aber das geht doch nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir müssen da schon rein. Ja, 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 logisch. Wir müssen da rein, in die Tür. Kann ich hier nicht zu... Genau da, wo ich es machen würde, dass ich die Tür... Da geht es nicht. Jetzt da rein. Mach zu den Scheiß. So, danke schön. So, hier gehe ich nie wieder raus. Genau. Jetzt wissen wir... Ah, mit der Night Vision, da kann man ja durch Wände sehen, glaube ich. Guck dich mal um, sieht man... Das hat doch... Ja, keine Chance. Jetzt muss ich gucken, wo er kommt. Ja, richtig. Wenn ich Pech habe, steht er dort. Aber das Gefühl, er ist eher da hinten. Ja, andere Seite, habe ich das Gefühl. Oh, oh. Oh, was ist das in zwei? Ja, da ist einer, da kommt einer. Kann ich hier nicht irgendwie unten raus oder so? Habe ich hier was übersehen? Nee, hier noch nicht, würde ich mal meinen. Oh, guck an. Da kommt er. Jetzt raus, nach links. Meine Fresse. Ducken. Und... Nein! Ich dachte, er wäre hier gewesen. Ja, wow. Und jetzt renn. Renn. Oh, da ist noch einer. Dietrich, Dietrich, weil da sind... Ich glaube, sie sind geschützt. Ja. Also, ich hoffe es zumindest. Nein. Nicht abbrechen. Nicht abbrechen. Jetzt ist der Dietrich kaputt. Ich schwitze hier. Ich schwitze hier. ganz knapp davor, gut, gut. Rein und Türe zu. Okay, das ist ein kleiner Raum. Türe zu. Wollen wir die Türe vielleicht schließen? Können die Türen öffnen? Das wird... Ja, sie können. Oh, und ich komme hier irgendwie nicht... Das geht ja hier gar nicht weiter, da ist ja Feierabend. Die Tür, da ist ja einfach... Da sind ganz viele von denen. Was ist das denn? Blödes. Gibt's ja nicht. Wo war der Checkpoint? Ich glaube, es hat nochmal gespeichert zwischendrin. Hat's? Das wäre nicht unbedingt toll. Soll ich vielleicht nochmal drauf schiessen? Es bringt halt nichts, das ist ein bisschen das Problem. Nee, vergiss es, da müssen wir im richtigen Moment, am richtigen Ort irgendwie... Geh da... Geh da mal nach vorne und dann rechts. Da, wo der Reini rauskommt. Äh, links meine ich. Ich habe so eine Rechts-Links-Schwäche. Das funktioniert, glaube ich, gar nicht. Nee, hier geht's aber nicht weiter. Nee, hier kommt er auch lang. Das war knapp. Er hat uns gesehen. Ich verzichte jetzt mal darauf, zu looten. Ja, das ist ja nicht schlecht, wenn er hier reinkommt. Ja, das ist nicht schlecht. Da drinnen sind zwei Medipacks. Doch, da kann ich nur abhauen. Ja. Ja, die Medipacks brauchen wir im Moment nicht. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil da eben auch einer ist. Und hier kommen wir doch nicht lang. Wirklich gar nicht. Das ist aber eine Tür. Guck mal. Die hatten wir noch nicht. Nee. Wir hoffen doch, dass das die Tür sein wird, die uns Tor und Angel öffnet, zu was auch immer, einem Medipack. Ja gut, dann holen wir eben diese Medipacks. Das ist ja egal, wo wir die her haben. Ja, grundsätzlich ja. Die ist nix mehr, echt jetzt? Ist ja nicht irgendwie ein Gang oder so? Dass man hier irgendwie unterirdisch... Mit V würdest du sehen, wo die Teiler gerade so rumlaufen, oder? Was? Mit V würdest du wahrscheinlich sehen, wo die Teiler... Oh, da ist er ja. T800. Ja, schön. Waffe SkyNet. Und Plasma. Schleicht die. Sehr gut. Der bleibt stehen. Der bleibt auch stehen. Na, sag mal. G-Scanner. Kannst weitergehen. Nochmal ein T800. Jetzt geht er weiter. Was ist mit dem anderen? Der steht da noch. Der ist nicht im gleichen Raum, der ist da hinten. Ja, ja. Machen wir ganz leise. Ich hoffe, der andere dreht sich nicht um. Nee, das wäre ungünstig. Der steht da an der Tür. Jetzt kommt er... Ja, hier jetzt geradeaus weiter. Genau. Sehr gut. Der dreht sich bestimmt nicht so schnell um. Schneller. Ich kann nicht schneller. Dann kriege ich aufstehen, dann sieht er mich. Nee, das ist scheisse. Nee, don't wait. Okay. Oh. Ja. Aber da sind zwei von den Teilern. Teilern? Ja, ja. Die zwei Teilen. Teilen, 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 Teilen. Nee, den Raum hatten wir schon. Da kommen wir nicht weiter. Ja, aber dann haben wir wenigstens mal wieder ein bisschen Luft und können noch mal ein bisschen was holen. Ich weiss das jetzt auch nicht, wo wir tatsächlich... Lang müssen? ...im Endeffekt hin müssen. Da nach vorne, wo die Teilers sind. Mach zu. Dankeschön. Eine Prognose. Oha. Symptome, Depression, Beklemmung, Neigung zur Gewalt. Das kenne ich. Also das mit der Neigung zur Gewalt. Ja. Verfolgungswahn. Diagnose. Akute Schizophrenie. Schizo-Effektive Erkrankung. Prognose. Die Wahn. Architektur ist ziemlich einzigartig. Sie zeigt jedoch Zeichen des Rückgangs. Ich möchte sehr gerne wissen, wie der Patient reagieren wird. Wenn am Morgen des vermeintlichen Endes der Welt, dessen Szenario sich der Patient vorstellt, gar nichts geschieht. Dies ist ein signifikantes Ereignis in der kognitiven Historie des Patienten und der Patient ist in diesem Zeitraum besonders zu pflegen. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit des Rückzugs aus der Wahnvorstellung, was sich als Verwässerung erachte, da die Neigung zur Gewalt in letzter Zeit stark zugenommen hat. Unterzeichnet Dr. Süberfischchen. Schön. Also eigentlich als der Silbermann. Genau. Okay. Petri Heil. Zu Archiven hinzugefügt. Da haben wir nochmal ein Medit-Dingens. So einen zweiten Dingens haben wir eben auch nicht. Ja, ja. Ah, okay. So einen zweiten... Zweiten was? Ne, was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich wegen einem zweiten sagen? Scheinen aktuell weit weg zu sein. Beide. Wir müssen da rechts. Ich glaube, die können hier auch nicht durch. Ne. Ansonsten wäre es uns egal. Uh, 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 uh. Hier ist aber auch alles voll von dem Tal. Hier ist richtig was los. Okay, der macht schon mal das Richtige, weil wenn er jetzt in die andere Richtung gegangen wäre, wäre es schwieriger geworden wahrscheinlich. Meine Fresse ist das spannend. Äh. Oh, ein Fleischerhaken. Ja. Oh, ich möchte ja auch schneller, aber es ist natürlich viel zu gefährlich. Nee, VV. Und ich glaube, wenn ich renne... Hören Sie uns oder so? Ne, ich kann dann tatsächlich, äh, die Vision benutzen. Ach im Ernst? Ja. Siehst du? Das ist jetzt gleich aus. Und die Vision ist ja überlebenswichtig. Ja, die braucht man. Ich würde da schon mal rein. Da wäre ja noch eine Tür gewesen, die lasse ich mal weg. Ja, aber hinter uns ist Termi. Ich möchte eigentlich den Ausgang finden. Einer der vielen. Da wäre ja ein Ausgang. Gucken wir mal an, was wir hier haben. Kannst du hier nochmal zurück zur Tür? Nein, nein. Ich glaube, wir haben genug Medikamente. So someone's coming. Aha. Ein Widerstandssoldat. Ja, liebe Freunde, das gucken wir in der nächsten Folge. Entschuldigung, wenn es ein Cliffhanger wird, aber irgendwie besteht das Spiel sowieso noch auszuteilen. Ja, ist okay. Ein bisschen durchatmen. Durchatmen. Atmen. Genau, atmen. Atmen. Ja. Okay. Harry atmet noch ein bisschen. Ich helfe ihm dabei, wenn es sein muss. Wenn ich zu Ende gehechtet habe. Gehechtet habe. Wer sonst der erste Kollege, der neben mir stirbt, das muss nicht sein. Sowas fangen wir gar nicht an. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Also ich muss sagen, es ist ja dann aber spannend. Ein geiles Spiel. Sorry. Einfach ein geiles Spiel. Wie es sein soll. Genau. Schön. Hoffe, gefällt euch auch. Wir sehen uns dann, wenn es euch gefällt, morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Hoffentlich bis morgen. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.